Die drücken halt nach unten oder nach oben und da ist mir egal, weil wenn du nach unten drückst, interessiert mich ja nicht. Wenn du auf mich zudrückst und dann gibt es schon diese Kraft, machen wir, aber ins Gegenteil nach unten, machen wir auf mich zu, diese Kraft zu kompensieren, aufzunehmen und dann wieder zu geben. Hau, bisschen tief, genau. Das heißt, wenn ich zum Beispiel deinen Faustus kriege, nehme ich ihn auf mit der Kraft, gehen wir wieder. Wenn jetzt die Kompels mit Power, mit Faustus, und ich habe Kontakt, machen wir, machen wir auf mich zu. Nicht nur sehen, du merkst es. Das ist das, was Blosier gelernt hat von Lippmann und die höchsten Schüler davon waren auch bei mir und ich habe gesagt, dass wir ein sehr hohes Niveau haben. Wir haben halt hier um 20 Schulen im Raum und das machen wir halt deutschlandweit weltweit.